Die Geheimnisse der Schweiz. Die Schweiz ist ja sehr romantisch. Und woran liegt das wohl? Die Romandie macht die Schweiz so romantisch. Auch von der Sprache her, denn viele französische Worte haben sich in die Schweizer deutsche Umgangssprache eingeschlichen. Ja, das nennt man Schweizerditsche Anglizismen. Nein, nein, Anglizismen sind etwas anderes. Anglizismen... Pardon? Pardon ist ein ideales Beispiel, weil Pardon heißt auf Deutsch eigentlich Entschuldigung, wird aber in der Schweiz umgangssprachlich benutzt. Merci für die Belehrung. Merci ist ein zweites geniales Wort, welches du in die Schweizer Umgangssprache integriert hast. Und jetzt pass mal auf! Oh, Rudolf! Und jetzt frag mich, auf Französisch werde ich antworten, weshalb ich über den Bürgersteig stolperte. Okay, verrate mir, weshalb bist du über diesen Bürgersteig gestolpert? Weil ich einfach so im Trottoir. Das ist Radio, SRF 3.